Wenn du nicht weißt, wie du zu einer Wohnstätte göttlicher Gnade werden kannst, gibt es andere, einfachere Wege, um dorthin zu gelangen. Ein einfacher Weg ist es, dein Leben zu einer Gabe zu machen. Wenn ich sage, eine Gabe, spreche ich nicht über, ist das nicht als eine Handlung zu verstehen, weil Geben als eine Handlung eine Täuschung ist. Denn was kannst du geben? Alles, was wir haben, diesen Körper eingeschlossen, haben wir von diesem Planeten genommen. Was wir geben können, ist nur ein armseliger Teil von dem, was wir genommen haben. Geben als eine Handlung kann sehr trügerisch sein und könnte sich in etwas Hässliches verwandeln. Aber wenn dein Geben deine Art zu sein ist, wenn deine Wesensart Geben ist und deine Handlungen nur eine Manifestation deiner Wesensart sind, gibt es keine Möglichkeit, das zu vermeiden. Wenn du eine Art des Gebens etablierst, wenn du dein Herz öffnest, um zu geben, zickert die Gnade des Götzlichen unweigerlich ein. Das ist unvermeidlich. Es ist nicht das, was du gibst, das den Unterschied macht. Es ist nur so, dass du dich aus irgendeinem Grund geöffnet hast. Das ist es, was den Unterschied macht. Wenn du nicht weißt, wie du einfach hier sitzen und ein Eingangstor zum Göttlichen werden kannst, ist Geben ein einfacher Weg, um dich durchlässig genug zu machen, damit die Gnade des Göttlichen unweigerlich in dich eintreten kann. Indem wir Begrenzungen festsetzen, haben wir uns selbst die Möglichkeit des Göttlichen vorenthalten. Jedes Mal, wenn wir uns zurückhalten, schaffen wir Begrenzungen. Und wenn wir Begrenzungen setzen, verweigern wir uns selbst die ultimative Möglichkeit. Wenn du ein beständiger Zustand des Gebens wirst, wenn ich sage, ein beständiger Zustand des Gebens, wenn jeder deine Schritte und jeder Atemzug ein Prozess des Gebens ist, heißt das, du hast dein Leben zu einem Beitrag gemacht. Du wirst naturgemäß zu einem Zustand der Vereinigung gelangen, der die erforderlichen Grundlagen für eine kosmische Möglichkeit schafft. Es war mein Glück und Privileg, dass ich in einem sehr frühen Alter Zeuge eines bestimmten Zustands des Gebens wurde, eine gewisse Transaktion, die für alle, die dabei waren, einschließlich mir nicht nachvollziehbar war. Ich habe euch, wahrscheinlich vielen von euch, schon ein paar Mal von meiner Urgroßmutter erzählt, die 113 Jahre alt wurde. Weil sie nie starb, dachten die Leute, sie sei ein Teufel von einer Frau. Sie hat ihren Mann begraben, sie hat alle ihre Kinder begraben, ein paar ihrer Enkelkinder und ich glaube sogar ein paar ihrer Urenkel. Aber sie starb nicht. 113 Jahre alt. Ich habe sie in verschiedenen Arten von Zuständen erlebt, aber es ist ihr Sinn des Gebens, der betrachtet werden muss. Wenn sie morgens ihr Frühstück bekam, verschenkte sie immer mindestens zwei Drittel davon an die Ameisen und die Vögel und die Eichhörnchen, besonders an die Ameisen. Und es gab dabei ungefragte Berater, die sagten, sie wirft ihr ganzes Essen herum, diese alte Frau wird sterben ohne Essen. Sie alle starben. Sie nicht. Es gab viele Tage, an denen ich sie gesehen habe, dieses kleine Frühstück, das auf ihrem Teller übrig geblieben war, hielt sie einfach in ihrer Hand, saß einfach da und schaute den Ameisen beim Essen zu. Tränen liefen ihr über die Wangen. Und wenn jemand fragte, willst du nichts essen? sagte sie, ich bin satt. Ich bin schon satt. Ich dachte, sie hätte eine Art emotionale Liebesbeziehung zu den Ameisen. Ich war drei, vier, fünf Jahre alt. Sie war gut über hundert. Erst viele, viele Jahre später habe ich erkannt, dass es eine andere Möglichkeit gibt, mit der Welt in Beziehung zu treten. Sie war, wenn die Ameisen aßen, wurde sie genährt. Ein logischer Verstand würde das nie verstehen. Dies würde wie Unsinn aussehen für einen denkenden Verstand. Aber sie wurde so genährt. Es ist dieses Genährtwerden, das ihr eine außerordentliche Langlebigkeit verlieh. Leben geschieht auf vielerlei Art. Deine Ernährung geschieht nicht nur durch die Nahrung, die du isst. Selbst jetzt kommen nur 25 bis 30 Prozent der Ernährung von der Nahrung, die du isst. Der Rest ist die Luft, die du atmest, das Wasser, das du trinkst, und das Sonnenlicht. Ohne diese Dinge wirst du dich auflösen. Also geben ist, erst einmal, ich möchte, dass du verstehst, dass du mit nichts gekommen bist, also kannst du nichts geben. Wir versuchen nur, den Schöpfer zu täuschen. Wir geben. Da ist nichts zu geben. Wir treten nur so auf. Er spielt auch irgendwie mit, also ist es in Ordnung. Wir spielen ein Spiel. Wir sind schlau, also versuchen wir, ihn zu täuschen. Aber er ist intelligent, also spielt er mit. Er ist weise, also spielt er mit. Es gibt hier nichts zu geben. Alles ist das, was wir von hier aufgenommen haben. Wir nehmen viel und geben wenig. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie du leben kannst. Es spielt keine Rolle, wie viel du gibst. Was du genommen hast, ist größer als das, was du gegeben hast. Immer. Nur so kann das Leben sein. Also macht nicht zu viel aus dem Geben. Es ist nur ein Trick. Diese Möglichkeit, es ist eine einfachere Möglichkeit als, wenn du nichts weißt, wenn du keine andere Art kennst, dich gegenüber der Schöpfung zu öffnen, ist dies eine einfache Möglichkeit, einfach jede Handlung, jeden Atemzug zu einem Prozess des Gebens zu machen, zu sehen, wie du zu allem um dich herum beitragen kannst, egal, was du tust. Du wirst sehen. In 24 Stunden wirst du so reich sein. Die Erfahrung des Lebens, die Schönheit des Lebens, wird einfach so dein Gesicht zum Strahlen bringen. Einfach, weil du so bist. Weil das Leben nur so funktioniert. Leben, der Prozess des Lebens, ist ein Geben. Es ist eine Transaktion. In allem Geben ist ein Nehmen. Es ist nur so, dass du das Nehmen ignorierst. Das ist alles. Nicht, dass es da kein Nehmen gibt. Es gibt ein Nehmen. Wir nehmen mehr, als wir geben. Aber in deinem Verstand ignorierst du das Nehmen. Du behältst nur das Geben. Weil du nicht nehmen musst, es wird in dich hineingeschoben. Also, Du behältst. Du behältst. Du behältst. Du behältst. Musik Musik Musik